Dinge, die man auf keinen Fall in seiner Küche entdecken möchte, wenn man das Licht anmacht. Eine ganze Horde Ratten, die in Windeseile die Städte ihres Wirkens verlässt. Viel ekliger geht es wahrscheinlich kaum. Zumal es sich in diesem speziellen Fall wirklich um eine komplette Ratten-Großfamilie zu handeln scheint. Der Strom in das Loch in der Decke scheint kein Ende zu nehmen. Ratte um Ratte rennt, um sich in Sicherheit zu bringen. Einkammerjäger allein wird bei diesem Aufgebot wahrscheinlich nichts mehr ausrichten können. Selbst wenn man ein großer Fan des Films Ratatouille ist, etwas in dieser Küche kochen, geschweige denn essen, möchte man bei diesem Anblick nicht mehr.